Musik 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 Überfall! Zane rührt sich von der Stelle! Musik Ja? Und wo? Wir fahren sofort hier nicht hoch zurück! Musik Glaubst du nicht, Simon hat vielleicht einen Verdacht? Was heißt Verdacht? Er weiß es! Aber, weiß er schon lange? Von Anfang an! Musik Weißt du, wie er heißt? Ich kenne seinen Vornamen und auch seinen Spitznamen. Mathieu Lavalise. Er ist Berufsschmuggler, weißt du? Ein Spezialist. Musik Glaubst du nicht doch, dass das Unternehmen zu riskant ist? Nein. Ich habe alles bedacht. Was hast du denn? Was habe ich denn getan? Steh auf! Er ist unbewaffnet! Du, 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 du! Was ist das? Du, du...